Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA wieder mit dem Mucki.de! Hi! Kimon und ich spielen wieder gegen den Mucki.de Ja, ich mach kein Eigentor, hoffe ich. Ja, letztes Mal hat Kimon ein Eigentor gemacht, lohnt sich das anzugucken. Ist wirklich lustig. Jan sucht sich jetzt endlich mal seine Mannschaft aus. Ja, wir haben voll die schlechte Mannschaft. Hä? Ah, drück nicht, B. Oh, sorry. Boah, jetzt müssen wir wieder neu aussuchen wegen dem Jan. Ah, wir Argentina ist ja sofort erster. Ich nehme einfach Türkei. Hä? Ah, los. Warte, nichts machen. Spieleinstellungen. Wir wollen nämlich Halbzeitlänge... Nee, fünf Minuten, mach mal fünf. Ja? Spielkreisgrad... Hm, das geht ja irgendwie. Schiedsrichter zufällig. Hä, wir spielen gegeneinander. Emberbow. Ist doch egal. Damit vergolst du dir schon wieder die Zeit, wenn du alles einschalst. Spielen. Oh, Alter. Äh, sorry, dass die Sonne so heftig einschalt. Ach so, ich bin der Spieler. Wir müssen nur kurz warten, bis es anfängt. Ja, nee, nee, nee. Niooooo. Ha. 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 Okay, das gehts. Ey, hier ist Kretsch, oder? Du musst passen, pass. Mit A. Ja, ich passe. Achso, ich musste passen. Ja, ich verstehe jetzt gerade wieder. Warte, du drehst es. Wo bin ich? Du bist grün. Du musst auch Spieler wechseln. Hier. Du musst auch Spieler wechseln. Hier. Hier in die Mitte. Hier. Nach vorne einfach passen. Nach vorne einfach passen. Oh man. Nein, Kyron. Falsche Seite. Jan wird diesmal ein Tor schießen und Kyron auch kein Eigentor. Ich bin auch nicht wieder so vorlaut. Hier, hier, hier. Obwohl das letzte Spiel gegen euch beiden hab ich ja klar mit 3-0 gewonnen, ne? Ja. Aber von daher könnte ich schon vorne auch... Oh. Ja. Auf Schuss bin drin schön. Ja. Einwurf für mich. Sorry wegen dem einen Lichtfleck. Hä? Dann hängt er alle anderen auf dem Bildschirm. Aber das ist ja nicht so schlimm, wenn sie dann.. Da. Achso, alle. Oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-ho-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ja! die das ist die 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 Wie schnell der läuft. Ja, das ist ein Messen. Ja, oh. Ja. Ja. Weg damit. Ja, ne, ist es klar. Gelb. Ja, okay. Gelb. Schaut euch unbedingt die letzte Folge an. Wie schon gesagt, gewonnen macht ihr ein Tor. Ist sehr lustig. Aber auch erst am Ende. Aber trotzdem was lohnt sich bis zum Ende zu gucken. Weil vorher passen auch schon ein paar amüsante Dinge an. Oh, ja, ne, ist... Nein. Nein. Nein, aber trotzdem. Ah. Holz gehackt. Holz? Nein, der ist drin. Nein, der ist drin. Nein, der ist drin. Messi ist so gut. So ein Traumtor, ey. Deswegen hab ich die genommen. So ein Traumtor. Was machst du? Okay, los, pass. Ich wollte noch mal sehen. Ja. Zunge schnallen. Messi müssen wir rauskriegen mit Verletzung. Alter. Türkei ist so schlecht, ey. Nein, ihr seid auch noch schlecht. Hier. Ja, thank you. Und weiter. Und hier in die Mitte. Hier, hier, hier. Weg. Tja, man muss halt auch nicht gut abwerben. Ja, zu zweit geht das viel schwieriger zu spielen. Ich weiß. Das war auch ein Foul. Hier. Warte. Hey, wo bist du denn? Mann! Hier kommt! Und jetzt pass und ich mach... Ja! Ja! Ego-Trip und rein! 1-1! So, Türkei macht jetzt Argentinien fertig. Ne! Dann müsst ihr unbedingt diese Messi ausschalten. Ihr habt schon euer erstes Versprech nicht geilen, dass ihr kein Gegenteuer kriegt. Dann werdet ihr euer zweites auch nicht halt dafür sorgen. Ja! Alter, ist doch schnell! Uff! Ja! Aber wenigstens eine gute Chance! So kann es weitergehen! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Messy! Messy! Messy ist so übert schnell, ey! Messy ist gut! Ich weiß! Mach! Hallo? Alter! Zeig dir eben gerade so schnell drauf! Hier! 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 Oder so! Hier! Uuuuh! Ja! Scheiße! Wie geil! Haben wir Elfmeter? Haben wir Elfmeter? Wie cool! Ne, es reicht doch! Mach den rein! Mach den rein! Mach den rein! Nein! Nicht mit X, mit B! Nein! Dann wird nichts! Ne, war zu doll angehalten! Du musst außerdem mit die lange Ecke machen! Äh, die kurze! Dann ist er meistens besser! FIFA bei FIFA! Hey! Nein! Was machst du denn? Ich hab dir gar keine Chance! Danke! Danke, dass du mir das Ding geschämt hast! Geh mal dringend! Also, da hätt ich eben sehr, sehr gute Chance gehabt! Checker! Hier! Hier! Direkt in der Mitte! Alter! Ey, das braucht kein Foul! Das war doch kein Foul! Ach, bin ich jetzt endlich? Ne, nicht wieder! So schlecht! Ehrlich! Wie ist schlecht! Hat der Miley eben nicht mitgegeben? War er da auf der Toilette oder? Ach komm! Sanetti! Sanetti! Yeah! Den hab ich gleich! Den hab ich gleich! Ja! Ja! Gut! Der Torwart ist cool! Das gibt's doch nicht! Das war so geil von mir gespielt! Schnell geht! Weiter! Los! Let's go! Ja! Weiter passen! Weiter passen! Weiter passen! Weiter passen! Ja, genau! Wie kann man sprinten? Ah nein! Ich wollte es zu dir passen! Wie kann man sprinten? Äh, einfach hinten halten! Hebel ziehen! Hebel ziehen! Hebel ziehen! Hebel ziehen! Hebel ziehen! Ach so! So? Ja! González! Lupo González heißt er gar nicht! Ne! Ne! Nein! Schieß weg! Schieß weg mit B! Nicht mit! In die Kasse! War doch okay! Mann! Zwei Pfustenschüsse! Zwei Pfustenschüsse! Okay, geht's weiter? Ja! Mach weiter! Ja! Okay! Let's go! Ich war gerade schon gleichzeitig! Ne, den schafft er nicht! Messi! Ivan! Ja! Ja, sorry! Ist ausgelaufen! 5-10 Ne, mach hinten! Das ist das falsche Tor! Kör? Wo ränst du hin? Hier! 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 Ja, genau! Schön! Oh, shit! Hey, lol! Ich dachte, Jan hätte den Ball gehabt! Weitere D声enbeckung hinzu! dieser Lichtpunkte auf Jans Bildschirm und Städtel Rollladen die mit der ist ja aus dem Sohn auch aber es ist faul mann so jetzt komm ich tsch die Maria ist auch nicht so der Kopfballexpert wo soll ich hin? ist egal, passt einfach zu mir hier nein ich mach X jetzt mach irgendwas die Zeit läuft weiter boah aber wir dürfen kein Unentschieden machen Unentschieden sind meistens langweilig und wir machen 3-3 oder so aber so siehts nicht aus du lässt du zuspielen ach komm rennt mich um was macht ihr da? ja er hier in die Mitte hier ja schön ich mach so viele unnötige Grätschen alter der springt voll drüber ok mach mach schieß rein jaa er ist reingeschossen ich hab reingepasst ne ja du hättest schießen sollen ach mann ernsthaft hä 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 ihr macht mich trotzdem nicht fertig und der fertig versteht was anderes ja komm das war ein geiler das war ein geiler nicht so weit weg vom gegnerischen Tor ich grellt jeden um das will ich nicht ach warum passt einfach weiter schieß rein schade lol ich dachte ich hätte den Ball ich bin nicht ich bin nicht verdient jetzt macht Argentinien euch fertig Argentinien stinkt hart guck mal wie Scherste da aussieht Das ist Carlos Tennis, oder? Nee, Hugh Wright, oh ja. Ja, die sehen eigentlich nicht so gleich aus. Einfach nicht zu unserem Tor laufen. Nee, ich wollte nur ablenken. Nur ablenken mit dem Ball? Ja, ablenken. Hier. Oh, die Grätsche. Hä? Ja! Das ist ein Foul. Das war gar nichts. Gagameel, ey. Guck mal, der schmeckt dich auch noch so hin. Einfach weiterlaufen. Ich dribbel durch. Auf jeden Fall. Nein! Ja, komm, jetzt! Hier! Dankeschön. Komm, jetzt! Ja, jetzt aber... Oh, warte doch nicht auf den Ball, so am G entgegen ist. Was, G-P nun? Nein, aber was macht denn? Nein, G entgegen habe ich den, ja. Passen, bloß schnell. Kannst du nur aufmachen, oder? Nein! Oh, es war schlecht bei mir. Jetzt kommt. Äh, ja, das nehmen wir zwar alles auf, aber... Das ist doch nicht so schlimm. Jan hat heute wieder was Neues hochgeladen. Jans Talk. Ich weiß nicht, wie es heißt. Es war gestern, aber egal. Ja, wie heißt das denn? Bei Talk, bei Jan. Jans Talk. Äh, Thema Hollywoodfilme. Ja, guckt es euch einfach mal an. Ja, wettet mich. Ja. Toli.de ist scheiße. Das mussten wir dazu sagen. Ja. Er hat Jan beleidigt. Ja, und hat gesagt, langweilig, obwohl Jan ihn abonniert hat. Deswegen will Jan ihn vielleicht... Sorry. Den hätte ich auch mal reinmachen können. Schieß. 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 Was machst du da? Red weiter über Toli den. Ja, ja. Weil ihr ihn da so nützt. So lieb habt. Genau. Er hat ja so viele Abonnenten einfach nur so wegen seinen Videos. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da geh ich durch, da geh ich durch. Nein. Was machst du? Wenn ich zu dir gepasst hätte, hast du wahrscheinlich wieder gepasst. Das gibt nen Einwurf, geil. Ja, nen Einwurf? Ja, nen Einwurf. Weil du den jetzt auch bekommst. Wir legen uns nacheinander hin. Komm, ein Angriff. In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Ja, so. Hier. Der nächste Treffer wär die Entscheidung. Aber ich glaub, es fällt einfach keiner mehr. Was machst du? Du rennst zu mir! Vom Kasten. Vom Kasten, ja. Mein Motto. Hier. Wow. Alter, Paul! Wieso auch gerecht? Was? Bitte voll so? Wegen mir? Wieso wegen mir? Balter hat nichts gemacht. Hm. Mit vollem Recht. Jetzt eine Flanke. Gute Flanke noch. Jetzt. Nach vorne passen. Warte, ist der Schiri. Der lässt jetzt der Fall kurz. Oh Mann. Nur 2-2. Ja, das ist leider, das ist dieses Mal haben wir ein Endergebnis gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wir freuen uns, wenn ihr euch die nächsten Spiele auch noch anguckt. Mit Muki.de. Wie viele Minuten sind jetzt. Ciao.